Als Rapper Mosch 36 die Bühne in der Bad Hersfelder Schilderhalle betrat, waren seine Fans hellauf begeistert. Der gebürtige Berliner trat mit deutschen Rap-Größen wie Cool Savasch, Alpagan oder PA Sports beim Hip-Hop-Festival in Bad Hersfeld auf. Unter anderem performte Mosch 36 einen seiner bekanntesten Songs gemeinsam mit seinen Fans. Schon eine halbe Stunde vor Beginn des Festivals standen die ersten Besucher an und freuten sich auf das Konzert. Noch am späten Freitagabend wurde die Bühne hergerichtet und ein Soundcheck gemacht. Bevor die Elite-Rapper wie Mosch 36, Alpagan oder PA Sports die Bühne stürmten, machte der eher unbekannte Künstler Tim Taylor das Publikum so richtig heiß. Danach übernahm Deutschlands bekannteste Rapper die Bühne. Bis tief in die Nacht wurde beim German Hip-Hop-Festival in Bad Hersfeld getanzt und gefeiert. Bis tief in die Nacht wurde beim German Hip-Hop-Festival in Bad Hersfeld.